Lieber Julius, wir haben gerade eine kleine Beschwerde gekriegt. Die Strecke ist zu kurz. Wir müssten nächstes Jahr noch eine kleine Verlängerung einbauen. Gut, aber acht Stunden im Sattel muss ja wohl reichen, oder? Ich denke auch, es ist genug hier, irgendwann einmal. Für euch auf der Deck heute, DJ Miro, pop up the volume! At 8 p.m. in the evening, we have the big... Simple as simple can be, Slamen & Mijak! 1066, welcome home Muhammad, Lukas Mohammadi! Congratulations, the next finisher is right at the end of the Istria 300 Riots. Das ist ein guter Plan, das heißt, was war die Schaltung, war ein bisschen in Popsch oder was? Die war nicht so wirklich... Elektronisch? Nein. Die ist vorher noch nicht gut. Ich glaube, die kann die elektronischen Schaltung ein bisschen runter machen, hilft auch nix, gell? Gratulation! Super Leistung, Christian Klaas aus Österreich! Next one is... 7 hours, 58 minutes and one second for Slovenian Matej Klavnik! Welcome home, Matej! He is so fast! Julius, Achtung, da vorn kommt gleich wieder und zwei in Österreicher, der Mario Scherr! Sascha Stekovic, Darko Kovacevic, all took the 155 kilometers down to the finish line. They arrive in about 30 seconds! In Scren, Ronald Leon Ramos, Manfred Richter und Philipp Werner im Ziel! 2 plus we can in stole. Korny, der war nicht der Schlag